Diese Woche zeige ich euch, was man über den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in den Medien weitgehend totschweigt. Und am Ende dieses Videos fordere ich euch auf, für den Schutz eurer Kinder und Enkel eine Massenbewegung auf den Weg zu bringen. Das mache ich sehr ernst, aber vorher werde ich Beweise zeigen, wie massiv in die Verbreitung von Videos von Beiträgen eingerufen wird. Schaut euch mal neben mir an, wie viele mir auf der eingeblendeten Plattform folgen. Ich spreche sie bewusst nicht aus. Das letzte Video mit unrühmlichen Inhalten über den Gründer der Plattform fand gerade einmal 1.900 Aufrufe. Und das bei allein über 133.000, die mir dort eigentlich folgen. Interessant? Ein Video über Markus Lanz von mir fand allein auf dieser Plattform über 840.000 Aufrufe. Aber danach ging es steil bergab, weil ich nicht mehr unter dem Radar war. Auch das letzte Video fand zunächst hier auf dieser Plattform großen Anklang, aber plötzlich dann kaum noch Kommentare und kaum noch Aufrufe. Ich verspreche in den kommenden Wochen und Monaten hier Informationen zu geben, die für euch völlig neu sein werden und die euch niemand anders gibt. Das meine ich sehr ernst. Verspreche ich euch. Und ich werde danach zu etwas aufrufen, denn nur Probleme und Gefahren aufzuzeigen, ohne Lösungen, das kostet nur Mut, nimmt Hoffnung, raubt Hoffnung, belastet uns alle. Und deshalb brauchen wir eben auch Lösungen. Aber jetzt zu Epstein. Und dies stammt bereits aus meinem neuen Buch, Die große Täuschung, welches am 24.02. erscheinen wird. Stammt von den Seiten 457 bis 159. Und Sie sollen das Gesamtbild abrunden. Alle Quellen werden wir ab dem 22. Februar auf der Seite neben mir veröffentlichen. Und wie gesagt, am 24.02. wird das Buch von mir erstmals öffentlich vorgestellt. Ich beginne an vorzulesen. Wie werden Politiker gefügig gemacht? Wie werden sie erpresst? Oder geschieht, was sie tun? Auf freiwilliger Basis. Wir müssen uns beispielhaft dem US-Sexualstrafttäter Jeffrey Epstein zuwenden und die Frage stellen, inwieweit Verbindungen zum israelischen Geheimdienst Mossad bestehen. Die britische Daily Mail berichtete 2019 über Jeffrey Epstein und seine Machenschaften. Ein neues Buch über die Verbrechen von Jeffrey Epstein stellt die weiterergeholte Behauptung auf, dass er und Ghislaine Maxwell in Neulichkeit Spione waren, die für den israelischen Mossad arbeiteten. Und dass sie prominente westliche Politiker und Geschäftsleute dazu verleiteten, mit minderjährigen Mädchen zu schlafen, um sie zu erpressen. Zitat Ende. Gemeint ist das Buch Epstein, Dead Man, Tell No Tales von Dylan Howard, Melissa Cronin und James Robertson, welches als E-Book Kindle verfügbar ist. Laut dem Zeitungsartikel gab es zwar keine Beweise dafür, dass Epstein Aufnahmen von irgendjemand hat, der mit minderjährigen Mädchen schläft. Mehrere seiner Opfer behaupten jedoch, dass seine Wohnungen mit Kameras verkabelt waren und dass er das Filmmaterial in einem Safe aufbewahrte, so der Bericht. Die Zeitung wollte wissen, was die Hausdurchsuchung bei Epstein in Bezug auf den Safe-Inhalt erbrachte. Wir erfahren, als Daily Mail Anfang des Jahres nach dem Tresor und der Frage fragte, ob er Aufnahmen von Überwachungskameras enthielt, lehnten sowohl das FBI als auch die Staatsanwaltschaft von Manhattan eine Stellungnahme ab. Interessant, dass selbst die Bild-Zeitung am 9. Januar gestützt auf einen Artikel der Daily Mail, die ich ja in meinem neuen Buch als Quelle verbände, berichtete. Epstein liest Promifreunde beim Sexfilm. Aber natürlich berichtete die Bild nicht über die Verbindung von Epstein. Glaubt ihr, ein Reicher macht so etwas für sich? Nur aus eigenem Antrieb? Zu rein privaten, ureigenen Zwecken? Wirklich? Ernsthaft? Aber fahren wir fort. Insbesondere derartiges Schweigen der US-Behörden lässt doch aufhochen. Robert Maxwell war ein jüdischer Medienmogul in Großbritannien, der 1991 auf nicht geklärte Weise von seiner Hochseejacht verschwand. Kurz vor seinem Tod erschien am 25. Oktober 1991 in der Washington Post ein Artikel mit der Überschrift Medienbaron, verklagt Simo Hersh, Robert Maxwell bestreite den Vorwurf des Autors, israelische Spione unterstützt zu haben. Zitat Ende. Der bekannte Jean-Louis Terch, der 2023 wichtige Informationen rund um die Zerstörung der Nord Stream-Ostsee-Pipelines enthüllte, schrieb damals über den israelischen Agenten Ari Ben-Monaché und Robert Maxwell. Zu Maxwell stellte er fest, Maxwell, ein Pressebaron wie Robert Murdoch und sein größter Konkurrent, war dafür bekannt, dass er engen Kontakt zur israelischen Führung hatte. In dem erwähnten Epstein-Buch lesen wir über Ben-Monaché und Maxwell. Maxwell fing an, ihn, Anmerkung des Autors, also von mir Epstein, zu mögen. Und meine Theorie ist, dass Maxwell das Gefühl hatte, dass dieser Kerl es auf seine Tochter abgesehen hat, sagte Ben-Monaché. Er hatte das Gefühl, dass er ihm mit etwas Arbeit segnen und ihm auf eine väterliche Art und Weise helfen könnte. Dem ehemaligen Spion zufolge kam der ultimative Befehl, Epstein zu umarmen und ihn in die laufenden Waffengeschäfte einzubinden, von den Bossen im Hauptquartier des israelischen Geheimdienstes. Abschließend, sagte Ben-Monaché, und das, was ich jetzt ausspreche, halte ich für so unaussprechlich, dass wir es besser nur neben mir einblenden. Leider Gottes wird es allzu oft angewandt mit Erfolg, um Leute erpressbar zu machen. Ich setze hier fort. Die engen Verbindungen von Epstein zum israelischen Establishment werden dank des ehemaligen israelischen Ministerpräsidenten Ehud Barak deutlich. 2019 schreibt The Times of Israel, nach Angaben der Zeitung Haaretz gründete Barak 2015 in Israel eine Kommanditgesellschaft mit dem Namen Sam, um in ein Hightech-Startup namens Reporty zu investieren. Ein großer Teil der Investitionsgelder wurden von Epstein bereitgestellt. Erinnern wir uns an die Inhalte im Kapitel 7, so frage ich dann, und die Inhalte des Buchs. Und das verschweige ich jetzt hier, aber das werde ich alles noch in den nächsten Wochen bringen. Ich zitiere dann aus diesem Buch, das ich jetzt noch nicht im Titel nennen möchte. Innerhalb weniger Jahre verriet Ben-Gurion Stalin, trieb Forrestal in Selbstmord und wechselte seine Loyalität zu den Vereinigten Staaten, da er bei den Vereinten Nationen kein Öl für Unterstützung eintauschen konnte, griff Ben-Gurion erneut zu seiner besten Waffe Erpressung. An anderer Stelle schreiben die beiden Autoren, laut Quellen aus dem amerikanischen und israelischen Geheimdienst, die wir für diese Folge befragt haben, beschloss David Ben-Gurion, Beweise für die Komplizenschaft von Alan Dulles mit den Nazis während des Kriegs zu sammeln und dann für Erpressung einzusetzen. David Ben-Gurion war ein ganz, ganz wichtiger israelischer Staatsmann. Er war lange Zeit israelischer Premierminister und trat am 16. Juni 1963 völlig überraschend für die Weltöffentlichkeit zurück. Dazu bald sehr erhellend ist. Und der Alan Dulles, den ich gerade zitiert habe, der war CIA-Chef, Chef des US-Geheimdienstes CIA von 1953 an und wurde von dem später ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy Ende 1961 gefeuert. Zitieren wir weiter aus meinem neuen Buch. Das Buch der beiden Israel-treuergebenden Journalisten mit tadellosem Wikipedia-Eintrag im Gegensatz zu deutschen oppositionellen Journalisten wie dem Verfasser dieser Zahlen oder demjenigen also, der gerade hier in die Kamera spricht, ist voller Beispiele für Erpressung durch diese Kreise. Im bereits erwähnten Buch Epstein, Dead Man Tell No Tales, erfahren wir noch etwas. In einer fesselnden Serie von Mint Press hat die chilenische Journalistin Whitney Webb die Praktiken der sexuellen Erpressung bis ins Amerika in der 1920- und 1930-Jahre zu verfolgt, als der führende Virtuosenverkäufer Stan Rosenstiel abgehörte Erpresserpartys mit jungen Burschen als Partygeschenke veranstaltete. Rosenstiel lud die Reichen und möchte gern ein, und zwar aus ganz bestimmten Gründen. Die Journalistin zitierte einen Bericht der Florida Sun Sentinel, in dem behauptet wird, Rosenstiel habe einmal gesagt, wenn die Regierung jemals Drucker auf ihn oder seinen Kumpel, den berüchtigten Mafiosi Majalanski, ausübe, würde er seine Aufnahmen als Erpressung verwenden. Levi's Solon Rosenstiel war selbst laut Wikipedia ein US-amerikanischer Mobster der Koschanostra und Spirituosenproduzent. Die Koschanostra war eine jüdisch dominierte Verbrecherorganisation in den USA und steht für ein Wortspiel aus Koschanostra, der sizilianischen Mafia. Der erwähnte Mafiosi Majalanski wurde am 4. Juli 1902 im Russischen Reich als Sohn einer polnisch-jüdischen Familie geboren. Er spiegelt insbesondere in den Kapiteln 4, 7, 10, 11, 12 und 15 des Buchs Final Judgment von Michael Collins Piper eine wichtige Rolle. Dazu bald viel mehr. Rosenstiel war auch mit dem wiederholt erwähnten J. Edgar Hoover, dem FBI-Chef von 1935 bis zu seinem Tod 1972, befreundet. Selbst die Los Angeles Times berichtete über ein Buch des ehemaligen BBC-Journalisten Anthony Summers mit dem Titel Official and Confidential – The Secret Life of J. Edgar Hoover. Er schreibt darin, dass die Spitzenfiguren des organisierten Verbrechens Majalanski und Frank Costello Fotos von Hoovers angeblichen homosexuellen Aktivitäten mit seinem langjährigen Helfer Clyde Charlton erhielten und sie benutzten, um sicherzustellen, dass das FBI nicht auf ihre illegalen Aktivitäten aufmerksam wurde. In dem Buch wird auch Susan Rosenstiel, die vierte Ehefrau des mutmaßlichen Mafiosis und Spirituosenherstellers Levi Solon Rosenstiel, mit der Aussage zitiert, sie habe Hoover in Frauenkleidern und bei homosexuellen Spielen auf Sexpartys im Plaza Hotel in New York City gesehen. Auf einer solchen Party. Im Jahr 1959 sah sie Hoover mit einem roten Kleid und einer schwarzen Federbohr um den Hals. Nach etwa einer halben Stunde kamen ein paar Jungs wie zuvor. Diesmal waren sie in Leder gekleidet und Hoover hatte eine Bibel. Er wollte – wir schenken uns jetzt diesen Teil mal hier in diesem Video – erklärt dies, so frage ich dann im Buch, warum der scheinbar erpressbare Hoover fast vier Jahrzehnte FBI-Chef war. Erpressung sorgt für Fremdbestimmung und nur diese Fremdbestimmung erklärt viele politische Entwicklungen. Die kaum aus der Selbstbestimmung und Vernunft der Völker erwachsen sind. Dies gilt mehr denn je für die Politik der deutschen Bundesregierung. Im neuen Buch werde ich sehr viel enthüllen. Er steht für eine Komplexitätsreduktion für euch alle, für einen Kulissenriss. Da euch das große Ganze, was euch bedroht, verstehen lassen wird. Aber es zeigt auch, was wir, jeder von uns, tun müssen. Ich werde selbst nicht ruhen, bis dieses Buch viele Menschen erreicht hat. Euch alle bitte ich, dass wir für ein Zugangsverbot für Kinder zu Pornografie eine Bewegung starten und dass ihr zunächst mal eure Bundestagsabgeordneten anruft oder anschreibt und auch fordert, mit Blick auf die Inhalte meines letzten Videos tätig zu werden. Kein Kind, kein Jugendlicher darf meines Erachtens Pornografie sehen dürfen. Handelt für den Schutz eurer Kinder und eurer Enkel. Auf bald und vielleicht sehen wir uns am 24. Februar 2024 in Riegen, wenn ich das neue Buch umfassend, wirklich umfassend vorstellen werde. Am 7. März werde ich in Hamburg in der Innenstadt sprechen und am 8. März im Landkreis Stormann. Euer Thorsten Schulte. Gelobt sei Jesus Christus. Ich werde ich in Hamburg in Hamburg in der Innenstadt sprechen.